Stellen wir einen Moment den Reisenden ins Zentrum. Er möchte Konsistenz, Transparenz und Auswahl. Konsistenz, er möchte sich nicht jedes Mal bei jeder Reise neu orientieren müssen. Wo finde ich mein Angebot? Transparenz, anbieterübergreifend, nicht nur innerhalb eines Leistungsträgers. Auswahl, er möchte dort shoppen und kaufen, was ihm am besten passt. Und als Industrie können wir das am besten erreichen, indem wir sämtliche Player mit allen Inhalten in allen Kanälen verbinden und integrieren. Wir sind der festen Überzeugung, dass der indirekte Vertrieb nach wie vor der wichtigste ist und auch die kosteneffizienteste Lösung für alle Beteiligten, und zwar auf globaler Ebene. Allerdings befinden sich die Branche in der Entwicklung oder auch in einem Umbruch und verschiedene Akteure experimentieren darin. Das ist ihr gutes Recht, die Frage ist mehr, wie das gestaltet wird. Wir wissen auch, dass die Fragmentierung von Inhalten eine Herausforderung ist und dass die Agenten nach wie vor Zugriff auf den relevanten Content verlangen, und zwar zu den geringsten möglichen Kosten. Und genau darum entwickeln wir für Sie die flexible Plattform, die sämtliche Inhalte aus verschiedenen Quellen zusammenführt, die über die bestehenden Technologien bezogen werden können, wie das klassische GDS, aber auch aus neueren Technologien, wie NDC oder auch proprietären Airline-Systeme und allerfalls von Aggregatoren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.